Ah, okay. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja, weil er live von schon. Ah, es ist schon live. Live von! Wenn sie richtig, wenn sie praktisch genau richtig gekommen. Frag, ob sie kommen genau kommen. Perfekt, ja. Perfekt. Möja. Leid, leid ihr enthalbiert für eine Reclam zu machen. Ich glaube, dass du unverhofft so schnell live gegangen hast. Da hast du neu verholt. Ja, da hast du neu verholt. Ja, da hast du neu verholt. Es war so, wenn der Sound für mich spielend ist hart genug für am Stream. Wenn das so mal besteht. Und deswegen dient. 100% HP noch. Oder wenn du inu genäuft hast. Ja. Jetzt sind wir mal gespannt, was wir anfangen. Wir sind die erste. Wir haben noch drei Matcher im Programm gestalten. Wir haben Beta-Bears mit Faschel-Locks. Und wir haben dann noch Beta-Bears keinen Synergy-Flair. Und noch nicht Team Shinka gegen Silber-With-Attitude. Wir haben Beta-Bears gespielt. Wir haben noch einmal gespielt. Es war nochmals Bageliers. Und die haben sie verloren. Das ist die neu geimpft. Nein, nein. Ah, sie haben eine neue Gespänze gefunden. Okay, ja. Drei Punkte. Auf vierer Seite. Ich weiß schon mal. Luxemburg, 2 gespielt, 2 voll die Last auf der 5. Platz der Beta-Bier ist der Mann auf der 3. Platz Mal gucken wir mal wie das tun und alles gesagt 2 Matcher gesehen mal in der Gruppe Ich hab das mal ein Veto Was ist das? Aber da muss ich gerade mal ein Veto fangen Du hast ein bisschen absitzt hier, lieber Spieler Ähm, der eigentlichen Spieler hier Da muss ich mal gucken, ich wollte gerade ein bisschen reklamen Wir haben Einerseits ein Team im de Krox Was sind ne Eki nach dem Tragen Wie das zuletzt sind Der Sondert sind Deutsche Die spielen noch an dem Team Tag der Beta-Bier sind entscheidend Unser 99 Damage Liga Bis das irgendwie ein Line-Up-Change hat im Englisch mehr Aus dem Team von 10 zu nennen Daher tun wir Polox, die richtig größte Gruppe sind für Spieler Und in ihrer Steam-Gruppe sind sie zu 24 So ein Stück Ah, das sind schon ein paar Viele Leute sind ja Ob die natürlich auch gespielt sind Der ist dann ja noch froh Ob die du aber vielleicht nicht Sehen die Mann nie spielen zufrieden als Sex Oder ob sie wirklich so alle Gute nicht mehr gemischt spielen in einer Lurischen Summefonte Ja Und du gehst noch in den Aufgeben Hm Du gehst noch in den Aufgeben Weil du in irgendwie kein Veto zustande kommst So Du musst aber in den Veto gehen Nee Du gehst Röm Veto geschrieben Für wen gehst du Röm Veto geschrieben? Ah, ich meine Wo hast du mich aufgeholt? Da hab ich dir nicht gehört Ja Ja, mir schmeckt leid Und ich hab das gar nicht heran Aufwand am Team-Speak Dachte sind sie Dachte sind sie Aber Ach, sie haben doch zwei Gib mir schon alles von ihnen He Ach, schmerb Ich denke den Problem hat sich über Zeit geläst Scheren doch gut gepickt Ok Jetzt sind wir mal gesperrt Findet Gutes Ja, meine große Konkurrenz und Streaming hat nicht überlebt das Finale von der World Championship am CSCO Wohl Pole Frankreich Wobei Polen die ist Kaart gewonnen Ja, schon grad gesiegt Frankreich hat Schon mehr Favorit gewischt Ja Wollte ich mal für Polen Wir bauen Erst noch 5 Das Müsste Franzose für sich entschieden Also Polen Wahnsinngrößen Apple Der Sehnsicht Was gut drin aus Mensch was diese Intim CSGO Lounge Wächst Weiß Weiß Wäxt 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 Schweden Zum Beispiel Wollte noch gut spielen Natürlich auch nicht mehr Topstars Wäxt 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 Krass P получ Du wirst ein bisschen warten auf die Broadcast bis du den hier gelöhnt hast. Ja. Und dann geht los. Im ersten Match für den Abend. Jetzt sind ja noch 2, du noch. Und du noch also fangen und noch 5 Matcher auf den Abend. Die anderen 2 Matcher hat sie gesehen. Umsteam von Basi. Dann geht der Bardauer los. Mehr sie schon auf 7 Uhr hier. Bis den Abend. Wie spät. Schauen wir mal, wie lange das hier noch dauert. Oder ob man echt schnell Matcher gesehen. Du solltest erst schauen, wann die Matcher echt fährt soll sein, wie er macht. Ja. Ich meine, der Reklamm nach hier. Das macht hier ein bisschen ein bisschen drüber reden. Ich schaue mal, ob die Männer es zu mir haben. Hier vorbei läuft. Wir haben hier noch 2,20 Leute drüber. Und ob die anderen wäre gerade erst noch offline. Und dann geht der Reklamm nach unten. Ah, das ist ja das richtig Rekord hier. Ja. Dann geht der Reklamm nach unten. Kann ich schnell durchschauen. Ja. Der muss viel Match umhauen. Von dem Stück. Wenn wir nicht machen. Das ist ja der Läfste. Und dann geht es mit dem Club. Ich bin auf 4 Uhr. Ich bin auf 4 Uhr. Ich bin auf 5 Uhr. Und dann geht es mit dem Club. Ja, und wir haben hier noch nicht weiß, ob das Team Asia ist aus dem Tourneuer rausgegangen. Das ist ein kleines Rundinformations. Ich finde, wir haben Dany und Asit noch nicht gewusst, was passiert ist. Es war so, dass Team Asia-Mod feuer nicht Glutzenbäuer gespielt hat. Und Riesel, wie ich gesehen habe, sollte er mindestens zwei Glutzenbäuer haben. Dadurch sind sie gefreut, wie viele Re-Match zu machen und dann wollten sie nicht. Dann sind sie dann aus dem Turnier ausgetreten und die Spieler aus der Gruppe geraten und in Default werden drei Punkte zugeschrieben. Für das man ganz nicht viel Anträge durch. Aber das holt dann eben eine Gruppe Chance, oder eine Team Chance, ein paar Brackets zu fahren. Ja richtig, du. Was wir für ein Gruppe wie du vorst. In der Gruppe hatten wir Schinka Bloody Revenge, was sie für sie hatte und 1-Fap. Also den ersten Match, den Team Asia gespielt hat normal, weil das Team Asia gewohnt hat 1-Fap. Aber der Rest war noch offen, also eben in dem Match geht Schinka ein, ich weiß ja. Nicht sowas auf Attitude, oder? Ja. Ja, da war... Ja, da war... Default. Den gehen wir aus. Ja, ja, den haben wir den Match auch gemacht. Ich weiß, du sagst. Es hat sie vielleicht einfach... Aber wenn sie den Match gespielt hätten, dann... Ja. Ich meine... Es wäre jemand war der Punkt, das war dann ein guter Trugaufworter. Jemand war der kleine Gallen-Favorit gewischt. Ja. Ja. Er hätte bestimmt einen Make-Drop an diesem Kap. Definitiv. Ja. Ja, das ist gar nicht. Ich habe die Pistoll-Rounds. Ich habe einen Pistoll-Round. Geht unten. Na, geh kurz da weiter drüber, hei noch den, äh... Rekümm... Oh, zwei, drei! Ritte nur noch einen! Von der Schick spielt da drüten. Mann, ey, guck, ich den Plan nicht verstehe. Oh, schick, da drüten. Aber zwei Schäden, one fix, hat er nehn, hei. Trotzdem, ne? Denkens, hei Prolux am Vierdeel, drei gegen den. Du musst den Kroxl auch anders raus. Ha, ne? Natürlich müssen die Terroristen nur easy nur aufspielen, denn den Krox geht ja mal gucken, erst mal eben beim Auto. Woher kann ich sie auch enthalten? Schöne Schuss, die haben auch Low-RP, 12-RP, ob ihr seid vom Bizeps, Crack-Bizeps. Ja. Hält dich, Träck! Ach, da! Crack wird auch geholt, aber du auch eine Cookie, hei. Ich hab' den Cookie, den hei den Ace von der jeweiligen Person verhört. One-Click zum Recam wäre, du da. Ja, eigentlich, schön runter, du da. Knapp, in der Fall. Der Krox spammt und retake, hei noch. Und Prolux, mal mit Null. Gehen da erst in der Direktion B. Halt, wenn das denn? Gehen wir mal gucken, geht mit dem P7. Geseit auf zwei Gage-Spieler. Ich kriege den Eke bis zum Nuggeschoss. Und dann habe ich auch Prolux. Ein Cookie ran, gehen auf B ran. Ein Down, schon zwei Down. Frei im Spot, Low. Ach, Alter. Penance, Crack. Gehen den Eke. Geht sich die Cookie Crite ran. Ich glaub, das ist die andere. Ich kaufe den Eke. Ich hab' die andere. Und ich hab' den 2 Thronnen für Prolux. Ich hab' den Lacken-Spieler zu können. Ich hab' den Lacken-Spieler zu können. Also wir nicht. Ich hab' den Eke. Fein noch. Ich habe die 6er fähig. Ich kann ihn denn nicht machen gegen das Bacoyner. Ich hab' den P90 hier. Ich hab' den Kopf geschaut. jetzt heute beta bsd kaffeln aber zwei steck schatzende stunde gut ein paar machen sie dann uiuiui zwei steck und kaff fahrmaß, drei fahrmaßes sogar da rissen die sich auch aufbauen drei steck die die bei dir sind zwei stecken main aaaah da wird geboost die bspieler rüberkennt trittor aber ein trittor und zwete und dritte guck ich kann ja rüber raus trittor und dreig und dreig und dritte aussehen und ich geh mit dem Toxic mit dem Pfiff zu schweigen schweigen sie trittor und dritte beim yellow mit dem blinddoy mit dem hrk muss nur leiden dritte flack macht der guck hättet ihr gesehen das auto hier noch steht menschen nicht wohnen hättet mein zweiter schon angeht da wotter da und der krox auch da 1&1 rein kreuer Ja, ja. Und dann, wenn sie da verlieren, dann müssen sie immer einen Rund spüren, weil sie nicht mehr zu 3 KF haben. Das ist ein Abgang im Grunde Fall. Und dann, wenn sie sich überrascht haben wollen. Ich glaube, dass sie nicht mehr kaufen wollen. Sie haben nicht gegratet. Ja, das ist ein 3-0, wer natürlich ganz gut kommt, wie sie da. Ach neki, das wird auch mal mit. Geht die Wände raus. Gretchen, du. Ja, gretchen. Wir haben den zweiten gesehen. Wir haben den anderen mitgekommen. Oh, 3 von der Schiffrex in die Ecke. Feiert nur noch du. Geht die Wände. Ah ne, das ist einfach der Krox. Den, den letzten Held. Hast du den nicht gesehen? Das waren 200 Tonnen durch Damage mit dem Engel nicht. Und damit haben wir gerade das Gwene gewesen. Richtig gut. Aber... Deswegen nicht raken das Herr Rissen. Wir haben sie natürlich schon... Dementsprechend angestellt auf die Runde. Ja, und direkt nachgegangen. Wo jetzt sie noch kehrt. Die Schossen nachgehen, für das sie sterben würden. Feiert alle heute. Schäe Runde vom Ecke. Engen AWP, ja. Terrorzeit. Aber wir sind trotzdem schnell in B-Abbau. Da bleiben sie lieber bei der Smoke stehen. Gute Feiert heimater, neid. Lüft da, war nicht wirklich schön. Ah, geht gemollert vielleicht. Muss wasch. Neid, Smoke hat das ganz außer. Ja, da stehen sie natürlich heim. Wissen nicht, wo sind sie im Spot? Ja, und die Information läuft ja schon VCT in Rahn. Heim, merken sie, dass es geht. Ja, ich habe gesehen, dass es geht. Der schon rotiert hat. Ja. Und mit durchgeht. Oh, der Krux ist aber dumm. Krux, offensiven. Killholt. Leider der Last. Und hannert ihn, hannert ihn. Und er könnte in den Weg gehen. Ah, jetzt haben wir doch gesehen. Geht auf die Tür. Krux geht an. Ah, du musst ihn jetzt wieder pushen oder Hanna noch fallen, dass ihr ihn könnt. Ah, was. Schnellflash. Hallo, von zwei Seiten kommen. CT in Heim. Oh, der Krux hat zwei Frags. Auch gut gespielt von ihm. Stimmt, aber direkt zum Vendatter, den er noch nicht kriegt. Ja, du hast immer schon an vier der Terroristen, äh, CT, pardon. Paul Beta-Beams. Ja. Du hast schon nicht mehr viel zu tun für Terroristen. Du musst ihn sehr gut spüren. Ich bin noch nicht froh ob, äh, ich bin noch mit für Terroristen. Terroristen, gehen mit durch. Okay. Wattach, Krittauto zwei. Geht auf den Golf vom Beatsapps, vom Crack Beatsapps. Das ist der Weg zur Wälder. Der Wälder ist mit der Wälder. Er ist der Wälder. Er hat sich jetzt für den Wälder, der Fahne. Er hat sich den Wälder. Er hat sich den Wälder, die in vom Wälder. Er hat sich die Wälder, der in der Wälder ist, und er hat sich die Wälder noch, Das ist ein Wälder, der auf der Wälder steht. Der Wälder krägt den Wälder. Er hat sich kein Problem für ihn, wie er hat sich die Wälder. Ich konnte nicht die Terroristen hier CT in. Ich weiß, viele gerade, gucken wir was die tun. Da sind wir schon mal 13.000 Terroristen könntest runter nach Popa Mod kaufen Rum Mod kaufen Ich kann euch mal wieder reden im Stream Ich sehe mittlerweile sind wir schon Supremates Überall feiert sich mittlerweile Die Mod fällt sich nicht nur mit Java Wie gesagt, noch zwei Matchen oder nur Beta-Bears gegen Synergy Flare und Team Schenker gegen Silver with Attitudes Wir sehen, ob wir heute ein bisschen präsent oder mitwillen Terroristen machen Eventuell mit einem Spieler und ja, einigen Split auf Modellieren und drei mit Main Crack, die in der Labs schon damit zu gucken Das sind aber drei Stecken, die du auf die Warte noch von uns Ja, ja, das Wie gesagt, wir können uns in der Reihe Aber nein, CT den Hund mit mir drei Leute Und müssen sie so mit A nicht sterben Nur drei Frags, heute Leider denn Ganz, äh, alt Leider unspektakulär rund von Terroristen Die konnten nur Tätten nicht, wie sie konnten machen, ne Also, kein Obbau aufgebaut, so direkt, ne Ne, so, wir finden sie schon einfach nur mit Aufmerzeln, gelöst Leider Und so noch, so noch komisch, klar, halt So noch komisch, klar Was ist doch eigentlich immer gebremst? Ja Ja Ja, das ist ja, das wird ein Beuern drin Gedenkt vor, es wird ein Beuern drin Gedenkt vor, es wird ein Beuern drin Ja, das ist gesagt P90 Drei Mal P90 Nr. 3 Der lässt den, äh, Reekiem Hörn 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 WAND Gesa Hörn Hum werden müssten doch noch um ein gottes von jahr vielleicht gelöst durch den dir am kennenzulernen vier euro nach draußen wird man terrorist und sie werden das ist auf die man kapitel reichen heute rüber ja ich habe drei stecken beim kommen hier waren die wüste ich seite schütteln sie Ah, gesagt du den Kopf? Oh, gesagt du den Kopf! Oh mein Gott, du hast den Kopf! Du hast den Kopf, aber... Geht weiter nur raus. Es war kein Mist, ich sollte ihn heute auch sehen. Du bist gehörbar. Ach du, witzig. Ah, geht aber da. Trotzdem sollten du nicht nachgefragt werden. Der GND, den wir heute zwei stecken gesagt. Den Crocs. Seid den Cookie da. Einen viertelhaft nach Lundin. Viertelhaft für Terroristen. Oh, reload von den zwei Leuten. Cracks und den Crocs wären nur aus der Ammo. Ach du bleibst, dass der Tag 9 bleibt. Du warst kein HP mehr beim GND. Crocs auch nur auf den Mod. Oh, Mod 2! Was hast du denn da? Frag. Die war ja nicht schlecht. Wir hatten die Klinik schon mehr frei, ob den Recomplett war. Der Fahrer muss zuerst spüren. Ich habe es richtig gesehen. Also quasi spüren. Tag 9 ist einfach ein richtig spüren. Und Terroristen schwammeln gerade mit dem Geld. Sollten wir da... Mit dem Geld nur noch ein Rund... Kaff mal. Trägen wir mal einen AWP. Trägen wir mal einen AWP. Gesehen wir mal den nächsten Boost. Aber auch wenn sie auf dem Recomplett auch rümmen. Wenn nicht er denen. Aber du gesagt. Motta nix. Geht einfach nicht nur für den Damage zu machen. Götter geflasht. Götter ausgeweicht. Oh, boom! Down! Der Recomplett. DAS sacred! Diese haupte will K Summit mit dem andere brichter. Andere und dritte. Wir finden den Spree-Control. Und er hat Feuer. Aber auch du, die Crack-Biceps einfach mit den Nades an der Hand. Sich der Weise lösen. Weak ich mich. Geh dem Offensiv. Du bist Feuer-Tänz. Weak ich mich. Ich habe ihn schon mal die 17. Frackt. Für die... Die 18. Runde. Wir fangen mal an. Und die Arme ist doch normal. Die GND wird richtig gesehen. Geht heu. Weak ich ihm gecarriet kann ich sagen. Was bald wie nass ist. Oh ein Aggro-Spiel vom Weak ich habe. Das geht nicht so gut. Das geht nicht so gut. Kann das immer gut gehen. Ach so. In englisch. Sechs runterfahren oder nicht. In jeweils Main. Offensivgänge. Guck mal. Guck mal. Der Abbau steht schon Richtung RCT. Und er ist schon. Sich aufgebaut. Schöne Frag. Schöne Frag. Pass auf. Kein Bum. Die Leute können nicht mehr werden. Nein. Sie sind treffsicher. Den Ecke haben einen anderen Main geholt. Ach. Du hast Flasch an den Mainrand. Dann sehen wir. Oh du wolltest aber einfach kurz. Du hast nur gespotten. Oh ja. Und er hat eine gute Position. Auf die Spiegel. Ich kann sich noch in Hölle. Aber ich habe nicht gesehen. Bei einer Autor-Lafeln. Aber ich habe nicht gesehen. Es war nicht so schlecht. Hier lebt nicht so ein Drum. Ich habe aber nicht viel Zeit. Sollte da. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Ich habe gesehen. Ein Dragon-Low. Wo ist denn ein Dragon-Low gesehen? Ein. Echki? Ja. Ein Dragon-Low beim Echki. Was ist denn mit einer neuen Ruh? Echt? 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 Und mit einer neuen Ruh? Echt? 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 Ich habe mich gefragt, ob du ein Terrorist in ihrer Seite bist. Nimm einen engen Kahn, du mit Knops gekümmert hast. Und auch Offensiv-Player vom CT, die neuen Schwimmer mit spielen. Ah, ich werde die P-Tech spielen. Und der B-Gate gespielt hat. Terroristen wollen du durch ihn abrufgeschossen. G.I.D. wir eigentlich vom Reste sind, so hält der Nächste. Ich habe doch gespottet. Ja. Der Nächste kommt hier. Obst du auch selber ein Krieg zu sein? Äh ja, der Nächste schießt. Der Nächste kommt hier. Kein Respekt. Kein Respekt. Kein Respekt. Der Nächste kommt hier. Peter Beers. Gegen Professional Luxemburg. Schnelles Spiel, Simon. Und der CT seid ihr? Ja, der Nächste kommt hier. Man kann auch viel aggressiver spielen. Das hat auch richtig Sinn. Man muss ja noch aufdreffen. Vielleicht ist das viel aggressiver, wie es geht. Das geht für sie. Sie merken, dass sie von eben hier nicht achten wie du. und für Prolux nur. Röhm. 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 Scheuchst du nur zurück. Ja. Wenn wir sind. Loh am Viertel. Ich kann es jetzt machen, du Reiser. Ja. 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 Das ist voll gut gegangen, das hat vielleicht Kinten... ...Kurmoner, äh, Deathfone auf ihrer Seite. Viel Spiele habe ich gestorben. Ich gehe aber noch durch die Skarfen. Offensive B, ich bin schon lange dran gekommen. Uuuuuh, aber ich muss ganz lange gestorben. Kein Kollege kann mir helfen. Und der Feiner, ich mache da... ...naggaff. Ich werde aber da genannt. Boom, Kucki. Boah, da hat der Plan, da man da... ...Wert schon fähig, in 3, das sind vierdehlhafte Terroristen. Wenn das da... ...Ulte EQ. Bombediegel hat schon. Da gehen 3. Sie gehen sich gerne D, für die ich auf Terrorwales gucken will, wenn er so der Radar guckt, ne? An, das ist noch low, aber ich muss natürlich du... Bis dahin, wenn du leid am Grab auch kriegst. Ja. Ja, witzig du, äh, leider ein Pausch im Moment. Ich nehme den Grab-Koll. Ja. Ich hatte die Feier-Tronsegel für Prof. Lachs, oder? Man, das ist ein bisschen schwer für Beta-Bears zu sein. Weil das ist bei Coiner. Ihr seid hier im Neck, hier habe ich die selbste Fehler. Uuuuuh. Oh, du Crocs. Wollt 3. Wollt 3. Wollt 3 steckte Höhle. Ja. 2 auf 3. Seid für Beta-Bears. Und... ...switchen wir Teams. Ja, wir kommen. Ticket. Wollt 3. Wollt 3. Wollt 3! Wollt 3. Wollt 3. Wenn man das aber durch SP kann, kann man das nicht sehen. Ah, nur SP spielt gut. Gut, aber du bist ja, geht schon da. Gerichtung B durch die Wenz, ich spiel aber kurz. Wenz, hau. Kannst du noch nicht, hau bei Händen? Ja, B angehört, hau. Wollen wir doch schon mal. 3 gegen 2, guck ich jetzt noch mal 7 HP. Terroristik und sich positionieren, dort noch bis zu T kommen. Relativ aggressiv, positioniert. Wie ist ein John auch? Geht zu neuf, ja. Sein zweiter neuf. 13-3. Verbitter wie es. Wir sind heute ein schneller Match eigentlich, weil es ist nur halb 8. halb 8. Das ist immer der weiß dankbar und den leid zu zitieren. Die halt ganz auf sich spielen, ne? Die auch schon, ich geh so ein enges Rund, wenn sie mal auf sich im Spiel verloren, wie der Rest aus dort oben hinkommen, die Runde, ne? Sind das, äh, das ist ja easy. Ich spiele die aber. Auf Kascheu. In Frags getradet. Ah, weil du nicht getradet, los den Baseball nehme ich hierin. Mit der Bers können auch in der Mitte noch halb 8. Und, gegen die Lurker, Kuki ja hierhin. Also, das ist noch ein Job. Da sehe ich nur den, nur die Frags, den lässt den, lässt den CT in die Neuverleave tun. Oh ja. 4-3. Ah. Festerband verloren. Das ist ganz, ganz partei für Professional Lux. Was? Misten. Ja, Lusche Kaffee wollen sie nicht von den Verleihern. Machen da doch. Ich fahre mal. 2P90. Hey, jetzt kommen wir heute mit. Wenn das dann wieder gute Positionen heute. 3-3 Nation. Geht da aber nicht mehr durch. Für ihn haben wir Frag direkt zurück auf die Vendetta. Feier steckt schon dauerne. Wir nehmen noch den Bleuen dauer. Könnten wir ihn durch. Ja. Ich würde gerne holen aber schon B1 und sind ja durch 20 Gange. Da hat wir dann 15-3 gehen. Ganz schnell ein Match. Mit heute. Misten wir mal gucken, ob wir den Match den Nusschließen können. Lusche Kaffee spielen oder 2. Misten wir nicht in Gang zu einer Serie gehört. Ja. Und dann müssen wir Pause machen gehen. Für Bizarre Dauer. Dann müssen wir weiter gehen. Dann müssen wir mal gucken. Blende Leid. Röhm, röhm, röhm. CT in die Gesicht gehen. Komm mal zu. Magisch und Matchpoint rönen. Magisch und Läschter rönen. Magisch und Läschter rönen. Also guckt ähm. Kulux hat ein Lounge auf der Terrorseite hier. Zwei E-Stranden. Nur der Pistolkoll. Hören da ein bisschen in den E-Gruf gehen. Und äh. Einfach in der Läschter rönen sie dann nachher. Aber wir könnten durch den Argo-Play für den CT in eine E-Gruhöhle, ne. Gesehen. Eing Scouten auch auf dem CT-Seite. Und die Gopi eigentlich. Ja. Gernsteigere. Ganzer Länge heute rönen. Gernsteigere. Wenn der Kanzler auf aufzählen. Wird er geschehen heute. Die Fabriki. Einfach durch smoke fett und er kriegt ein Frag zum Waternaid. Gernsteigere. Last Player von Prolux. Läschter. An dem wir suchen, dass er leben lassen. Oh. 16-3. Nicht so knapp wie vielleicht erwacht. Peter Bier ist ein. Chlor 16-3. Ganz gut gespielt. Vendetta. Ziemlichst du Frags. Warte, Wendetta. Sag, du wirst du die nächste Match und schnitt falsch. Peter Bier ist kein Synergy. Ja, Peter Bier ist von Synergy schon da. Als der Kind im Orang noch zu fangen kann. Ja, ich kann direkt. Und ich kann direkt. So. Ich kann direkt. Ja, ganz gut.